Wir sind friedlich, wir bleiben friedlich, aber wir heben unsere Stimme und unseren Protest. Wir wollen Frieden, wir wollen keine Waffenlieferungen. Wir wollen auch keine Waffenlieferungen aus unserem Land. Wir wollen auch nicht, dass unsere Kinder und Enkel an die Front geschickt werden. Aber wir bleiben friedlich, anders als die, die unsere Völker in den Krieg hetzen, anders als die, die Munition und Waffen in die Welt schicken. Wir bleiben friedlich. Ich fand es einen Schutzsturm. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020